Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Sonntag, der 2. Juli 2017. Heute nochmal siehe ich, Martin, wo gibt es die Rechsteiner? Und das hat einen Grund, denn ich habe euch versprochen, noch einen Wettbewerb auszuliefern. Und der kommt jetzt endlich. Es hat noch ein bisschen gedauert, nicht alles ganz so geklappt, wie gewollt. Aber ein paar hübsche Dinge sind dann doch zusammengekommen. Doch davor habe ich, weil es gerade passt, noch 2-3 News-Meldungen zu meinten, geht es um Pong. Es geht um Sony, es geht um Apple, es geht um Fake-Tweet-Verification und Dubai-Polizei. Ja, beginnen wir gleich beim allerersten. Für all die Besitzer des neuen oder moderneren MacBooks, dem aktuellen MacBook Pro besser gesagt, sagen wir es so, in einfach, das mit der Touch Bar, das kann jetzt auch Pong. Wer das mal haben möchte, Achim, Jan, ihr habt doch so ein Teil, spielt doch mal ein bisschen Pong. Ich würde gerne wissen, wie das ist. Das zweite, bei Sony gibt es wieder mal Ärger. Es ist nicht so, dass das PlayStation Network wieder gehackt wurde. Aber, anders unschöne Neuigkeiten, denn Kunden, die das PlayStation Network, also sprich die monatliche Fee oder das jährliche Fee über Paypal bezahlen wollten, die wurden, ja, ausgesperrt, weil Paypal in dem Sinn Spam und Tschüss. Schade, doof gelaufen, Sony bitte nachbessern und später ein bisschen mehr aufpassen. Bei Apple ist zumindest derjenige Manager, der unter anderem im ARKit unterwegs ist, ziemlich überrascht, was bis anhin jetzt schon passiert ist mit dem ARKit. Aktuell ist es nur zugänglich für die ganzen Entwickler und all die Leute, die sich die Beta installiert haben. Und, ja, da hat es ja schon einiges gesehen mit dem Lineal und all den möglichen Geschichten. Wir dürfen gespannt sein, was da noch alles kommt. Im Herbst ist es ja dann soweit. Bei CNN ist man ganz seriös. Und deshalb, wenn man schon eine News basierend auf einem Tweet bringt, dann aber ganz klar nur vor Menschen, die auch verifiziert sind. Jetzt ist es gegangen. Dieses kleine Hacken im blauen Bubble-Dingens hintendran. Der junge Herr Miko Hypponen hat einen Tweet herausgehauen, dass das iPhone quasi zehn Jahre alt ist und bis jetzt noch nicht einmal von Malware und anderen lustigen Dingen belästigt wurde und dass man dafür eigentlich Apple gratulieren sollte. Das Tweet wurde x-mal retweetet, geliked etc. Und, ja, das nahm CNN als Basis für eine News-Meldung oder in einer News-Meldung besser gesagt. Und damit es eben sympathischer oder besser gesagt, ja, wichtig aussah, hat man dem jungen Herrn einfach ein Häkchen hintendran gemacht. Ziemlich unschön, aber ja, Fake News. Oder wie war das? Nee, andere Geschichte. In Dubai ist bald ein kleines Wägelchen unterwegs. X ist so ein zerdrückter Smart, also nochmals kleiner als der, mit ganz viel Technik ausgestattet. Unter anderem obendrauf Kamera und Gesichtserkennung, Biometrie etc. Heisst, das Teil fährt rum. Wenn ein Bösewicht vor die Kamera gekommen ist, wird der auch erkannt, dank den ganzen Systemen, die da on board mit drauf sind. Und wenn der junge Herr oder die Dame dann flieht, ja, dann öffnet sich so ein Seitenfach vom Auto und es geht eine Drohne los und verfolgt diesen. Ja, wenn man das Ganze jetzt noch mit den ehemaligen Google-Robotern verknüpft, kommt da wieder ein bisschen dieses Angstgefühl auf. Aber ja, sollte nicht. Hoffen wir, dass das nur im Guten ist. Aber kommen wir jetzt zum Wettbewerb, den ich angekündigt habe. Wir haben 150 Folgen vom Geek Talk Daily diese Woche geschafft und daher möchte ich meinem Team gratulieren, dem Achim und dem Jan, für die ganzen vielen tollen Sendungen. Aber auch euch, liebe Hörer, möchten wir uns ganz stark bedanken dafür, dass ihr mit uns so viele Stunden verbracht habt und die ganzen Newsfolgen euch jeweils anhört. Und aus dem Grund haben wir einen kleinen Wettbewerb ausgerufen. Das heisst, haben wir in Eigenregie von meiner Seite passiert. Die beiden Jungs werden sicherlich überrascht sein. Bis zum und mit dem 5. Juli läuft dieser Wettbewerb. Was ihr tun müsst, ist ganz einfach. Ist die jeweilige Folge, sprich die heutige, aber auch diejenige bis zum 5. Juli, mit einem Retweet versehen, sprich das Ganze ein bisschen zu teilen und oder uns eine Mail zu schicken. Das Ganze darf natürlich nicht nur von der heutigen Sendung oder einer der einzelnen, die ihr euch nachfolgend anhört, sondern darf ruhig von allen Sendungen sein, so wie ihr mögt und lustig seid. Jedes einzelne Retweet oder Mail gibt natürlich dann ein Los mehr in den Topf. Mail zählen aber nur jeweils eins, also nicht, dass ihr uns da mit Massen-Mails überhäuft. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Zu gewinnen gibt es einiges aus dem Testlabor hier im Pogipsi Network. Zum einen habe ich da einen Bauers & Wilkins Kopfhörer, den ich im Pogipsi.ca Blog vorgestellt habe. Ich habe zwei Devolo LAN PowerLAN Set, also diese Geschichten, wo ihr euch ein Internet verbreiten und ausweiten könnt. Ich habe eine mobile Logitech-Maus mit dabei der neuesten Generation und ein TomTom Navi und noch zwei, drei andere Geschichten. Die ein oder andere DVD oder Blu-Ray könnte ich auch noch oben drauflegen. Wer Interesse hat, einfach melden. Da würde ich dann noch was dazulegen. In diesem Sinne, fleissiges Verteilen, E-Mail schreiben. Wir freuen uns drauf. Und ja, vielleicht mögt ihr uns in die Mail oder einen Tweet auch das eine oder andere schreiben, weshalb ihr uns überhaupt hört. Würde uns doch freuen. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt diesen und wir hören uns. Oder besser gesagt, ihr hört den Achim in der nächsten Woche wieder. Sprich, ab morgen. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.